Hey ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen YouTube Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es endlich um das Thema Piercings. Ich wollte normalerweise schon längst ein Video drüber gedreht haben. Das wurde dann natürlich nichts, weil ich mir dann so gedacht habe, okay, ja, ich habe es mir auf jeden Fall anders überlegt und dann habe ich es doch nicht gedreht. Und jetzt ist es halt so, ich habe mega viele Fragen dazu bekommen. Vor allem ein bestimmtes Foto von mir auf Instagram hat für Spekulationen gesorgt. Und ja, ich will das heute mal so ein bisschen auflösen. Fangen wir mit meinem ersten Piercing an. Mein erstes Piercing ist natürlich mein Bauchnabelpiercing. Wer hätte das gedacht? Den habe ich jetzt schon seit, ja, ich hatte mit 14, genau an meinem 14. Geburtstag, habe ich den stechen lassen. Ich wollte das unbedingt haben. Ich wollte das schon mit 12 haben und habe versucht, meine Mama zu überregen. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich will dieses Piercing haben. Ja, und dann habe ich es endlich mit 14 bekommen, weil es dann auch mit 14 erlaubt ist, halt mit Eltern erlaubt, das Ding ist, womit ihr wisst schon. Und ich war dann auch sehr stolz. Ich glaube, ich habe irgendwie 40, 50 Euro dafür bezahlt. Und es tat mir schon eine Weile weh. Also beim Stechen tat es mir nicht so weh. Ich habe es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt, aber es war wirklich überhaupt nicht schlimm. Und die Schmerzen danach waren für mich schlimmer. Ja, aber man hält es aus. Es ist kein Weltuntergang, man stirbt nicht davon. Und ja, wie gesagt, ich war 14. Und wenn ich das schon mit 14 als 14-jähriges Mädchen aushalte, so ich bin eh, also ich würde schon sagen, dass ich so schmerzempfindlich bin. Jetzt nicht krass, aber... Und jetzt kommen wir zu dem Bild, was ich ganz am Anfang meinte. Und zwar hatte ich auf Instagram ein Bild im Bikini gepostet. So einen schwarzen Bikini hatte ich da an. Man hat halt so ein bisschen gesehen, dass ich irgendwas an meinem Nippel habe. Und viele haben drunter geschrieben. Egal, ob es in den Kommentaren war, ähm, Privatnachrichten. Ihr habt mir überall geschrieben, was es auf sich hat und, äh, ja, ob das stimmt. Ja, man hat halt einen Nippelpiercing gesehen. Und ja, ich habe einen Nippelpiercing. Uh! Ich weiß nicht, ich wollte dieses Video, wie gesagt, schon mal drehen. Nur ich habe es mir dann doch überlegt und ich dachte mir, boah, ne, das kannst du doch nicht bringen, ey. Weil es hört sich eigentlich total krank an und krass, aber keine Ahnung. Ich habe das jetzt schon, also mein Piercing habe ich jetzt schon seit über ein Jahr circa, ja. Oder sogar genau seit einem Jahr ungefähr auf jeden Fall schon auf jeden Fall ein Jahr her. Und, ähm, ja, ich hatte natürlich Angst. Ich wollte es, also ich fand es immer schön. Ich habe es immer auf Instagram gesehen bei anderen Mädchen. Und ich dachte mir immer so, boah, das sieht so schön aus. Ich will auch. Aber ich dachte mir so, oh mein Gott, das tut doch so weh. Wie soll ich das denn aushalten? Ich habe gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall, weil, ich weiß nicht, ich habe mir schon, oh, das tut doch weh. Äh, deswegen dachte ich mir, geil, scheiß drauf, ähm, ich mache es halt nicht. Und dann war ich 18 und man darf es halt nur mit 18 machen. Und dann habe ich mir so überlegt und ich habe da so die Bilder gesehen. Ich dachte mir, boah, ein Jahr jetzt bist du 18. Erstens, du findest das total toll und würdest es einfach selber gerne haben. So. Und ich weiß, dass ich es in einem Jahr oder zwei Jahre immer noch haben will. Ich meine, ein Piercing kann man immer noch rausnehmen. Es wächst zu und gut ist. So, das wird man nicht sehen. Ja, und dann wollte ich eigentlich nur zum Piercer, um zu gucken, was es da so für Piercings gibt. Und ich dachte so, oh Gott, die sind so schön. Und ich hatte dann so mit der Piercerin gesprochen und sie meinte so, ey, du brauchst gar keine Angst haben. So, hier kommen auch andere junge Mädels hin, die wollen es haben und machen es auch. So, einmal zack und fettig. Und ich dachte mir so, scheiße, ey. Und dann dachte ich mir, egal, ich mache das einfach. Scheiß auf alles, ich werde schon nicht sterben. Dieser Schmerz ist es mir wert, dass ich dieses Piercing habe. Ja, dann war es soweit. Oh Gott, Leute, ich hatte so Schiss. Ich saß da und ich dachte mir so, Autsch, das wird so wehtun. Das war, ich weiß nicht, ich hatte so ein Kuscheltier in der Hand und ich habe mich so festgedrückt, weil ich so Angst hatte einfach. Weil ich dachte mir, oh, diese Schmerzen. Ich habe die schon gespürt, obwohl es noch nicht mal durchgestochen war. Oh Gott, ich bin fast in Ohrmacht gefallen, echt. Und sie meinte dann, okay, hol jetzt ganz tief Luft. Und sie hat mich veräppelt, damit ich das nicht so, also damit ich mich halt nicht so darauf fixiere, oh, die sticht jetzt auf und sticht sie so. Und genau, wo ich dann eingeatmet habe, hat sie direkt durchgestochen und dann war es auch direkt vorbei. Leute, kein Scherz jetzt. Es hat mir überhaupt nicht so wehgetan, wie ich mir das vorgestellt habe. Also das war nicht wirklich, also es war halt schon piksen, ist klar. Es war halt so komisch irgendwie, so ganz komisch. Ich weiß nicht, so wie so ein Fremdkörb. So, ihr Lieben, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich musste meine Kamera aufladen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, wenn ich sie auflade, hält sie trotzdem irgendwie nicht lange. Auch wenn sie komplett voll aufgeladen ist. Also wo sind wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Ja, der Stich tat halt schon weh, aber halt so, ich weiß nicht, ganz anders irgendwie. Also es tat nicht so richtig weh. Also ich kann es nicht beschreiben. Das war halt so total wie so ein Fremdkörper und keine Ahnung, das war irgendwie so, weiß nicht, total komisch. So nach dem Stechen hatte ich absolut gar keine Schmerzen. Ich war total verwundert, so das war irgendwie die erste Stunde. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht tut es mir jetzt zwar nicht weh, aber gleich wird es wahrscheinlich höllisch wehtun. War dann doch nicht der Fall und ich war echt glücklich, dass ich keine Schmerzen dann hatte. Habe es dann auch jeden Tag sauber gemacht, damit sich das halt nicht entzündet. Und ja, da bildet sich halt erstmal Kruste und alles. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Jetzt kommt die Krönung. Ich hatte das Piercing so circa, lass mich nicht lügen, drei Monate. Und dann habe ich die Kugel verloren. Und ich habe mich natürlich total geärgert, weil ich dachte mir, okay, wo zum Teufel soll ich jetzt eine Kugel herbekommen? Und ja, das war dann, glaube ich, sogar mitten auf Tour, also das hieß, dass ich überhaupt nicht weg konnte. Und ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Und ich war auch total traurig, weil ich wollte nicht, dass das zuwächst. Und dann habe ich halt versucht, das Piercing trotzdem drinnen zu lassen. Aber war ja auch klar, dass es dann irgendwann rausfällt, wenn da keine Kugel ist. Ja, und dann ist es mir auch natürlich rausgefallen. Es ist dann rausgefallen. Nein, es war abends. Ich konnte nichts machen. Ich war, oh, ich war total traurig und dachte mir so, scheiße, ich wollte dieses Piercing die ganze Zeit schon haben. Habe es jetzt nicht mal lange und jetzt wächst es wahrscheinlich zu. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass ich, also dass es am nächsten Tag noch nicht so zugewachsen ist. Also natürlich wächst es zu, aber trotzdem habe ich dann eben gedacht, oh, vielleicht kann man das ja nochmal, ne? Und dann habe ich das auch am nächsten Tag, wollte ich es erst versuchen. Ja, total doof. Ich weiß, mache das bloß niemals nach. Ich wollte einfach nur das Piercing zurückhaben und dann keine Ahnung, warum ich mir das dann, warum ich das machen wollte. Ich wollte tatsächlich mit einer Nadel durchstechen, habe ich aber nicht gemacht. Ich dachte mir dann, okay, Enya, übertreib jetzt nicht, geh lieber zum Piercer. Ja, und habe dann am selben Tag dann einen Termin gemacht beim Piercer und konnte auch direkt dahin. Ja, und die Piercerin sagte mir dann, es ist zugewachsen. Und dann dachte ich mir, okay, scheiße. Ja, dann blieb mir halt entweder die Möglichkeit, nicht mehr dieses Piercing stechen zu lassen oder es nochmal durchstechen lassen. Aber sie meinte zu mir, dass es extrem weh tut. Ich habe gesagt, nee, das hat mir beim ersten Mal überhaupt nicht wehgetan und so. Ich halte das schon aus, es war für mich nicht schlimm und so. Also ich würde das ein zweites Mal auch machen. Es wird deshalb mehr weh tun, weil es ist ja eine Narbe. Das heißt, die Haut ist halt fest und wenn man dann da durchsticht, ist ja klar, es tut dann halt schon weh. Und ich dachte mir so, ach Quatsch und so. Ja, und dann haben wir geguckt und dann hat sie gesagt, okay, dann guckt sie sich die andere Brust an. Das ging dann nicht, weil da eine Ader war und da konnte sie dann nicht durchstechen. Ja, und dann blieb mir halt nur die Wahl. Entweder ich lasse es oder ich mache es jetzt. Und ich dachte mir so, na, so schlimm kann das schon nicht sein. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt einfach. Da, wo ich es auch vorher hatte. Und Leute, ohne Witz, ist da so höllisch weh. Okay, und ehrlich jetzt, ich würde es nicht nochmal machen. Ich würde es nicht nochmal durchstechen lassen. Auf gar keinen Fall, das tat so weh. Boah, ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Auch da macht es ziemlich weh. So, aber naja, ich war auf jeden Fall wieder glücklich, dass ich wieder mein Piercing habe. Das war meine Piercing-Story. Sonst habe ich keine mehr. Ich würde mir wahrscheinlich noch ein Helix hier stechen lassen, weil ich das ganz schön finde. Aber mal schauen. Ich habe gehört, das soll auch sehr weh tun. Aber wie gesagt, jetzt erstmal nicht. Vielleicht irgendwann mal, vielleicht aber auch gar nicht. Und ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden und ich liebe meine Piercings. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch einen superschönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!